Achtung, dringende Ankündigung, ich habe gerade auf dem Kanal Lekopa gesehen, dass es mittlerweile den Dragon Mounds Mod 2 gibt, für die 1.11 und 1.12 und die Features sind allgemein besser als beim ursprünglichen Dragon Mounds Mod. Also habe ich mich jetzt dazu entschieden, jeden Mod, den ich in meinem ursprünglichen Mod Pick habe, also dass ich für jeden Mod, den ich im ursprünglichen Mod Pick habe, versuche eine neue Version rauszusuchen, für die 1.11 und 1.12 so um den Dreh und dann ein neues Mod Pick herstellen werde. Ich werde das höchstwahrscheinlich leicht kompliziert machen, indem ich mir eine Liste erstelle, dort ein 1.12 und ein 1.11 draufschreiben gehen, dann ein Mod und dann mit einem Haken und Kreuz und so weiter setze, um zu überprüfen. Auf jeden Fall meine ich damit, es wird bald ein neues Mod Pick geben. Das alte Mod Pick werde ich natürlich online lassen, aber ich werde für das keine weiteren Updates mehr veröffentlichen. Vielen Dank, dass ihr dieses kurze Informationsvideo geschaut habt. Ich versuche, die nächste Zeit vielleicht wieder ein paar Videos auf diesen Kanal zu bringen. Wollt ihr kein Video verpassen, dann abonniert doch den Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und ciao und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.